Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu Heldmaschine Teleshopping! Heute mein Gast René! Applaus, 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 Applaus! Applaus. Ja, äh, ja. Wir haben heute ja ein ganz besonderes Produkt hier im Angebot. Das stellst du gerade mal vor den Zuhörern, bitteschön. Wir haben einen neuen Heldmaschine Kalender! Das ist der Hammer! Wir haben einen Kalender mit Aufhänger. Kannst du mal mit dem Pfeil da auf dem Aufhänger zeigen? Ja, was ist denn das Besondere an diesem Aufhänger, bitte? Erklär doch mal unseren... Nun, man kann den Kalender aufhängen. Das ist da awesome! Awesome! Das ist der Hammer! Ich bin... Also, das ist wirklich... Also, hab ich noch nie gesehen. Erklär mal, was ist da besonders? Also, man kann den so hoch machen, oder? Ja, man kann den Nagel an die Wand rein und dann den Aufhänger über den Nagel hängen und der Kalender bleibt an der Wand hängen. Nein! Das ist unglaublich, meine Damen und Herren, unglaublich! Diese Verkaufs... diese... Macht die nicht kaputt? Nein, 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 natürlich nicht, natürlich nicht. Was noch besonders hervorzuheben ist, meine Damen und Herren, ist die Größenordnung. Schauen Sie doch mal. Also, das ist mindestens 2,50 Meter groß, ja. Und... Breite? Und Breite, mindestens 3 Meter, muss man... Also, mindestens, ja. Also, fast eine Penislänge, quasi, meine Damen und Herren. Ähm, und was man auch sagen muss, das Motiv. Wunderschönes Motiv. Sag doch mal was zu dem Motiv. Das ist, äh, Schweifels ohne die Heldmaschine. Das ist die Heldmaschine. Ähm, beschreibe mal. Das, äh, ist der... Eugene. The Eugene, ja. Äh, sehr schön gekämmt auch, muss man sagen, ja. Und, äh, mit Bart. Und, äh... Kameraman sieht fast genauso aus wie The Eugene. Schauen Sie doch mal auf diesen Gesichtsausdruck, meine Damen und Herren. Dieser Gesichtsausdruck ist legendär. Das alleine schon ist der Verkaufsschlager. Ähm, wenn nicht sogar, ähm, ähm, was soll ich sagen? Ähm, helfen Sie mir mal. Einfach toll. Einfach toll, ja. Einfach toll. Ja, ja. Äh, daneben haben wir Marco. Ja. Der Pfeilmann sieht genauso aus wie du, Marco. Das gibt's ja gar nicht. Mal können Sie mal kurz, Kameramann, können Sie mal kurz auf den Pfeilhalter schauen. Also, die Ähnlichkeit ist wirklich unglaublich, meine Damen und Herren. Unfassbare, ähm, äh, ja. Also, die Ähnlichkeit ist wirklich sehr, sehr nah. Ja. Ja. Übrigens, man muss ja sagen, es gibt auch noch eine Rückseite. Da kommen wir aber gleich zu, ja. Gehen wir mal weiter. Wer ist denn das hier? Ja. Oh, das ist Tobias. Tobias. Tobias, Applaus, meine Damen und Herren. Tobias, ja. Ähm, Tobias, ähm, mit Seitenscheitel. Also, extra hübsch gemacht für dieses Foto, muss man sagen. Seitenscheitel. Seitenscheitel. Ja, genau. Sehr, sehr schön, ja. Und dann haben wir noch, ähm, der sieht aber böse aus. Ja, also, sehr böse. Ähm, das ist, äh, Captain Jack Sparrow. Ähm, und daneben... Also, den kenn ich nicht, so. Den kennst du nicht? Nein. Also, ich finde, der hat sehr große Ähnlichkeit. Nein, das kann ich sein. Das kann nicht sein. Ähm, kommen wir zu den einzelnen, ähm, zu den einzelnen Features. Mama ruft an. Kann ich mal bitte dein Handy haben? Mama? Kann ich mal? Gib mir bitte. Ist wichtig. Hallo, Mama. Ja. Ja, wir sind gerade in der Verkaufsschau drin. Ja. Ja, ne, ist, äh, nächste Woche dann, ja. Mhm. Ja, ist gut. Ich liebe dich auch. Ja, Mama. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Ähm. Oh, das ist Papa. Hallo Papa. Ah, ist Abheber. Ja. Wo geht denn? Siehst du, siehst du das? Nein, ich sehe nicht. Hallo Papa. Hallo. Ja, Mama rief gerade an, ja. Hast du gesehen im Fernsehen, ja? Ja, ist schön. Ist schön hier, ja. Ist ein netter Kollege mit Pfeil und Mikro und, äh, Hut. Und Brust, Auer und Hammer. Selbst bitte, Hammer. Danke Papa. Papa, bis bald, ja. Bis nächste Woche, ja. Ja, tschüss. Tschüss. Danke. Danke. Meine lieben Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung. Es geht weiter mit unserem tollen Kalender. Ähm, was soll ich sagen? 14 Seiten, äh, Seite, äh, Seiten. Hochwertigste Fotos hier, ja? Ja, für zwölf Monate, 14 Seiten. Ja, 14 Seiten für zwölf Monate. Und übrigens, man muss beachten hier, dieses Deckblatt ist durchsichtig. Das ist amazing. It's amazing. Wahnsinn. Also es ist durchsichtig hier, ja. Ja, für's Dank. Durchsichtiges Papier. Ähm, dann haben wir das erste Blatt. Übrigens, Fotograf bei diesem wunderschönen Kalender, meine Damen und Herren, war Jana Bretonitz. Applaus, 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 ja. Hallo, ja. Jana Bretonitz. Ja? Ähm, Jana, eine sehr gute Fotografin, ja? Und, ähm, man muss sagen, die war wirklich überall dabei. Immer. Äh, die großen Shows, äh, nach der Heldenshows und so weiter. Und natürlich auch bei jeder kleinen Show dabei. Also, nah, hautnah. Und so sind auch natürlich die Fotos, Leute. Man hat das... Ei, 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 ei. Man hat das Gefühl, man ist hautnah dabei. Das ist so krass. Das ist unglaublich. Große Bild, ja? Ja, sehr schönes Bild, übrigens. Ähm, das ist das Januar-Foto, meine Damen und Herren. Kann man, kann ich mal den Pfeil haben? Ja, sehr schön. Januar-Foto hat, hat... Ach, der ist an, gut. Ist an, ja. Hat sehr starke Ähnlichkeit auch mit unserem heutigen Moderator, meine Damen und Herren. Ach, nein. Ja, doch. Also, er ist wirklich wunderschön. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist hautnah dabei. Apropos Haut, da habe ich heute nicht so viel von. Die ist eher behaart, muss man sagen, ja? Ja. Ähm, und, ähm, ja, was soll ich sagen? Also, wenn man jetzt mal so die Maße sich anguckt, ja, ich messe mal gerade. Unfassbar, es sind immer noch zwei Meter. Also, nicht zu fassen. Du hast es jetzt schon tausendmal hängengespült. Ja, Entschuldigung. Jetzt, jetzt schau dir an. Siehst du gegen dein Licht? Nein! Es ist weiß, meine Damen und Herren. Soll ich Ihnen das zeigen? Das meine ich nicht. Weiß, ach, das meinst du? Das meine ich nicht. Okay. Schau mal genauer hin. Keine einzige Kratzer. No Kratzer. Es ist nicht unfassbar. Keine einzige Kratzer. Meine Damen und Herren, das ist ein super Kalender. Ihr müsst es haben. Ja. Ähm, sollen wir den Leuten noch einen Belastungstest zeigen? Ich hätte einen Belastungstest. Leute, Leute, dieser Kalender ist nicht nur wunderschön, er ist auch unzerstörbar. Das ist jetzt Premiere. Das ist Premiere. Wir versuchen jetzt, diesen Kalender mit einem schweren Eisenhammer kaputt zu schlagen und schauen mal, ob das funktioniert. Ähm, ich gehe mal aus dem Bild und gehe in Sicherheitsabstand, weil das ist ein sehr gefährliches Experiment jetzt, meine Damen und Herren. Bitteschön. Bereit? Bereit. Trommelwirbel. Trommel. Doch, doch, doch. Meine Damen und Herren, das ist eine Sensation, denn keine einzige Kratzer. Das ist unglaublich, meine Damen und Herren. Applaus, meine Damen und Herren. Applaus, Applaus für diesen wunderschönen Kalender hier. Ähm, also, ich bin ganz aus dem Häuschen. Es ist unfassbar, wie robust dieses Teil ist, meine Damen und Herren. Ich tue es nochmal hier auf diese Drehscheibe, denn wir machen weiter mit den nächsten Features. Da muss ich mal gerade in die Redaktion schauen. Es geht weiter nach der Rebel. Tschüss. Ich sitze ganz allein zu Haus Und surfe in die Welt hinaus Auf einen Klick der nächste folgt Was hab ich überhaupt gewollt? Nein, nicht die Fenster, die aufbauen Versucht ich sie doch noch zu stoppen Doch da ist es um mich geschehen Ich klicke drauf, was muss ich sehen? Besten Taille Überfrau Gut eingeritten Geige Sau Sexschuss Ich brauche diesen Lustfluss Setz mir den Sexschuss Damit ich mich nicht bewegen muss Sexschuss Unbeherzt und seltserguss Setz mir den Sexschuss Den goldenen Sexschuss Wie geil die Seite merk ich mir Sie erweckt in mir das Tier Liebe wurde überschätzt Hardcore hat sich durchgesetzt So folg ich der Perversion Die geilsten Clips, die kenn ich schon Was kann mich jetzt doch erregen? Was kann mich jetzt doch erregen? Muss ich mich nun doch bewegen? Oh ne Sexschuss Ich brauche diesen Lustfluss Setz mir den Sexschuss Damit ich mich nicht bewegen muss Monstertitten Doch alles ist erweckt in mir das Tier Ich brauche diesen Sexschuss Ich brauche diesen Lustfluss Ich brauche diesen Lustfluss Ich brauche diesen Lustfluss Ich brauche diesen Sexschuss Setz mir den Sexschuss Damit ich mich nicht bewegen muss Monstertitten Monstertitten Geile Sau Doch alles hängt Und der Supergut Der Supergut Setz mir den Irrektiven Sexschuss Ich brauche diesen Lustfluss Setz mir den Sexschuss Damit ich mich nicht bewegen muss Sexschuss Ich brauche diesen Lustfluss Setz mir den Sexschuss Damit ich mich nicht bewegen muss Setz mir den Sexschuss Den goldenen Sexschuss Den goldenen Sexschuss Der 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 Dre Der Ich Ich den Die Er Die Der Die Ich Die 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 Oh, Pause ist rum. Hallo, zurück. Herzlich willkommen zurück aus der Pause, meine Damen und Herren. Ja, ihr seid immer noch bei Heldmaschine Teleshopping. Und wir haben das wunderbare Produkt, diesen wunderschönen Kalender von Jana Breternitz. Darf ich mal den Pfeil haben, bitte? Jana Breternitz, ja. Den Pfeil bitte. Hallo, ja, den Pfeil. Andersrum bitte. Einmal auf den Kalender zeigen, bitte. Das ist schwer, sehr schwere Aufgabe. Das ist eine schwere Aufgabe. Vielen Dank. Ich auch, bitte. Ich auch, bitte. Darf ich? Ja. Danke. Meine Damen und Herren, wir kommen zu den weiteren Features dieses wunderschönen Kalenders von Jana Breternitz. Und wie Sie sehen, immer noch keine einzige Kratzer. Richtig, richtig, richtig. Und was soll ich sagen, dieser Kalender hat natürlich auch ein Gewicht. Kann ich mal eine Waage haben, meine Damen und Herren? Es ist ein sehr, 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 sehr starker Kalender, sehr starker Kalender, sehr starker Kalender, you know? So. Darf ich, ja? Ja, ich mache es kurz. Schade. Geht nicht mehr. Das ist live, meine lieben Freunde, das ist live. Moment. Ah, ist kaputt. So, meine Damen und Herren, das Gewicht dieses tollen Wandkalenders beträgt original 250 Gramm, meine Damen und Herren. Und wie schon mal erwähnt, es sind 14 Seiten für zwölf Monate. Applaus, meine Damen und Herren, Applaus. Und jetzt der absolute Hammer, meine Damen und Herren. Dieser Kalender aus hochwertigem Druckpapier ist im Querformat. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, kannst du eigentlich etwas über diese tolle Spiral-Aushängung sagen? Bitteschön. Ich kann sagen, diese Spirale ist so dermaßen fest. Keiner auf der Welt kann das abreißen. Keiner auf der ganzen Welt kann das abreißen. Meine Damen und Herren, das ist unglaublich. Unfassbar. Es ist unfassbar. Diese Stabilität muss man erstmal erreichen bei einem Wandkalender, meine Damen und Herren. Es ist unglaublich. Ja. Jetzt zum Freis. Haha, Sie wohl. Sie denken wahrscheinlich, dieser Kalender kostet about 10 Millionen Dollars. No, it's not 10 Millionen. No, it's not 10 Millionen. It's not 11 Millionen. No, it's not 1 Millionen. It's about 1 and a half Millionen. Das ist unfassbar ein unglaubliches Angebot, meine Damen und Herren. Schlagen Sie jetzt zu. Und wenn Sie jetzt anrufen, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie diesen unglaublichen Kalender mit dieser Wandhalterung und der Spirale. Spirale. Und ohne ein einziger Kratzer. No Kratzer. And you will never be bad with this Kalender. It's a very good special deal and a very good Buster's Geschenk zu Weihnachten. Und, uh, it's better. It's better to have it. It's a very, very good Angebot, meine Damen und Herren. Also, rufen Sie jetzt bitte an. Bestellen Sie diesen unglaublichen Kalender. Die Nummer ist 01906666666666666 und nochmal die SEX. Im Moment sind verkauft worden über 1 Millionen. Ja. Und es wird immer mehr. Und, uh, if you will not kaufen jetzt, ist weg. Ja. Also, nur so lange Vorrat reicht, meine Damen und Herren. Sie sehen es ja hier in der Einblendung. Ähm, die gehen quasi minütlich weg. Also, es ist unglaublich. Die Nachfrage ist sehr, sehr groß an diesem wunderschönen Kalender. Im Querformat, meine Damen und Herren. Ähm, was ich noch dazu sagen muss, es ist natürlich DIN A4-Querformat, meine Damen und Herren. Ja. Und, ähm, was soll ich sagen, ähm, es ist immer noch drei Meter lang. Ja. Drei Meter lang. Also, bestellen Sie diesen unglaublichen Kalender zum Sonderpreis von 1,5 Millionen, meine Damen und Herren. Ähm, wir haben nicht mehr viele, ähm, Vorrat ist fast, äh, leer. Und, was soll ich sagen, es gibt auch eine Rücksalte. Eine wunderschöne Rücksalte, meine Damen und Herren. Und, was soll ich sagen, ähm, auch hier haben wir unglaublich, äh, diese, diese wunderschöne Folie, ja. Ähm, ähm, was, was soll man sagen? Diese Folie hat immer noch KEINE EINZIGE KRATZE! Wunderbar. So, meine Damen und Herren, also bestellen Sie bitte diesen unglaublichen Kalender zum Vorzugspreis von 1,3 Millionen Euro. Ähm, wir verabschieden uns aus dem Heldmaschine-Teleshoppingstudio, meine Damen und Herren. Ähm, noch mal einen Riesenapplaus für meinen Kollegen heute. Ja, haha, danke, ja. Ähm, schalten Sie wieder ein, nächste Woche, wenn es wieder heißt, Heldmaschine-Teleshopping. Bis dahin, bleiben Sie gesund und kaufen Sie diesen Kalender. Und haben Sie weiterhin keine einzige Krasse. Bis bald. Äh, was ist das hier eigentlich? Sag mal, Leute, habt ihr das schon gesehen? Ja, was soll das denn jetzt reale zaubern? Ja, hier unten lag das. Okay, cool. Ja, äh. Frühstücksbrettchen, oder? Na kritze? Ich weiß nicht. Hm? Oh, du ziehst natürlich wieder die Folie ab, ne? Das machst du gerne. Oh, mach dir das auch so gerne. Hm. Also, es hat auf jeden Fall mal keine einzige Krasse. Aber was das ist, das erfahrt ihr dann bei der nächsten Sendung, glaube ich. Halt. Deshalb, ja. Oh, komm. Sexus. Damit ich mich nicht bewegen muss. Sexus. Bis zum nächsten Mal.